Nummer 5 Diese fantastische Sonnenbrille, Modell Elliot, ist eine Hommage an die 50er und 60er Jahre und bietet ein zeitloses Design. Die Gläser sind polarisiert, unzerbrechlich und bieten einen hervorragenden UV-Schutz. Der Rahmen ist hypoallergen. Dank seiner mittelgroßen klassischen Form kann das Modell Elliot in allen Situationen getragen werden. Von Lega über sportlich bis elegant. Erhältlich in verschiedenen Farben. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Diese Unisex-Sportbrille für Erwachsene bietet optimale Sicht, modernes Design und garantierte Funktionalität. Die Brille bietet 100% UV-Schutz. Der Rahmen ist aus flexiblem, leichtem und strapazierfähigem Gummi gefertigt. Ideal für den Radsport, aber auch für alle anderen Sportarten. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3 Sportbrille für verschiedene Sportarten. Die Brille hat eine quadratische Form und bietet ein aerodynamisches Design. Der Rahmen aus Gummi ist haltbar und flexibel. Die polarisierenden Gläser sind aus Polycarbonat gefertigt. Gummierte Kontaktpunkte am Nasensteg und an den Bügeländen sorgen für einen sicheren Sitz, geeignet für runde oder ovale Gesichtsformen. Erhältlich in zwei Farben. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2 Unisex Sportbrille für Erwachsene. Erhältlich in der Farbe Weiß. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für alle Sportarten, kann aber in jeder Situation getragen werden. Von sportlich leger bis elegant. Optimaler Schutz, bis zu 100% vor Sonnenlicht. Die Polycarbonat Gläser sind robust und verschleißfest. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Sonnenbrille Ideal für alle Arten von Sport dank ihrer optimalen Sicht. Das Modell Daft kombiniert Design mit maximaler Funktionalität. Das Material dieser schönen Brille ist von hoher Qualität und ist leicht, flexibel und robust. Dank der gummiherten Oberfläche rutscht sie beim Tragen nicht. Die Polycarbonat Gläser sind robust, bruchfest und bieten einen hervorragenden UV-Schutz. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.